. . . . . Franz! Sag denen, dass ich Rodriguez bin! Ich sag jedem, dass du Rodriguez bist! Warum? Was denn los? Diese Trottel, da hat die Fernseher einem anderen ausgehändigt! Wo ist das Kenner? Da drüben steht er! Gott sei Dank! Also die Fernseher sind weg! Wieso? Ich denke, du hast die Frachtpapiere! Eben nicht! Die sind weg! Wieso sind die weg? Wer hat die? Ja, also die hatten angeholt morgen hier vor mir! Wer? Wie heißt der Mann? Wo war der Mann? Ritter der Landstraße! Das sind die Lachen! Köpfchen muss man ab! Köpfchen! Wie nur Muskeln! Du altes Walross! Ich sag's euch immer! Du bist der Größte! Ich sag've! Einen! Guck doch hin, Mann! Na du, pass auf du, wir geh' ich so. Achtung! Los! Bärenbach! Du Krimineller! Verbrecher! Du Mörder! Rate! Rate! Ah, guck dir das an du! Warte! Bleib stehen, Junge! Hey! Bleib stehen! Fass, fass! Mach kein Quatsch, mach kein Quatsch! Schau dich doch mal um! Wir beide sitzen doch jetzt mit seinem Boot! Aua! Bisschen! Bisschen! Schlagen wir ruhig tot! Schlagen wir ruhig tot! Kultstück! Wir haben ja auch einen echten Rennmechaniker an Bord! Ja, ich hab mir erlaubt, die warme Hände etwas zu frisieren! Ja, das ist doch richtig Pfeffer eben! Du weißt schon, ne? Ja, Pfeffer eben! Pfeffer eben! Pfeffer im Tank wär mir lieber gewesen! Guck dir das an! Du weißt schon, kein Quatsch! Du weißt! Du weißt schon, kein Quatsch! Du weißt schon, kein Quatsch! Du weißt schon, kein Quatsch! Guck dir das an! Wir haben ja immer wiedergefunden! Sag mal, wie hat denn Claudia das Gefängnis überstanden? Gefängnis überstanden? Und zwei Stunden auf dem Revier. Du bist ja rechtlich verknallt. Das ist doch kein Unsinn. Aber Frauen sind doch anders. Die sind doch empfindlicher.